Nun gut, dann gehen wir in den Visualizer-Room. Der war... in die Richtung. Da. Oh. So, jetzt müssen wir mal gucken, nach welchem Muster er... Jetzt guckt er nach da. Na toll. Tschüss. Da bewegt sich ja kein Stück, wa? Hm. Okay, und dann ducken wir uns erst mal. Here we are. This is where they monitor and record all Dalek-Activity across the universe. This is like the Dalek-Records-Office. A librarian Dalek. That's something I actually want to see. There's your librarian. The visualizer eye. And you know what Stickler's librarians are? We need to get to the Consul, so I can deactivate the security beam. Those Databanks look like a good cover. Let's go. Mhm. Ich hab keine Ahnung. Ich muss irgendwo hin. Wenn wir da hin, okay. Sonic, okay. Das kriegen wir hin. Re-Configure-Konsole. Ja. What? Äh. Wir besetzen nicht wirklich... Äh. Ah, okay. Hm. Ups. Okay, äh, mein Fehler. Ich war zu schnell. Ich dachte, ich könnte schon vorarbeiten. Hm. So. Ich muss also wirklich warten, bis der Code hier drüben akzeptiert wurde. Also, ich krieg mal hin. Hoffe ich mal. Hm. So, dann den hier. Und... Oh Gott. Ah, den hier. So. Ich glaube, dann haben wir's, ne? Okay. Ah, ich verstehe. Dreht er noch ein Stück? Okay, jetzt dreht er zurück. Ich glaube, dann können wir in die... ...auf die andere Seite. Jetzt. So, wenn wir jetzt hier hinten... Super, das geht. Okay. Wird jetzt schwieriger. Da hätte ich gern Dialog gehabt von ihm, ja. Äh. Okay, das wird jetzt schwieriger. Oh Gott. So. Die Abstände sind jetzt, glaube ich, kürzer, ne? Aber bis jetzt sieht das ganz gut aus. Die werden immer kürzer. Ah, okay. Haben wir geschafft. Aber wo müssen wir denn hin? Ach, direkt jetzt vor ihm, ne? Oh, oh. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt eigentlich? Äh. Ich glaube, das ist jetzt... Ich glaube, das ist jetzt... Ja, okay. Es wird jetzt schneller. So, einmal klicken. Äh, das Labyrinth. Noch dreimal. So. Oh Gott. Oh Gott. Okay, haben wir geschafft. Das ist das, was wir sehen können. Ja, das wäre es. Das ist interessant. Temporal Koordinaten. Interessant für dich vielleicht, aber wie kommen wir da oben an dieser Sache mit all diesen Daleks rum? Nicht politely. Was? Wir müssen hier sicher sein. Nach welchem Muster scannt der denn hier ab? Okay, ich glaube, ich verstehe es jetzt. Jetzt. So, hier haben wir einen Lift und dann können wir los. Woher geht's jetzt? Straight to the top. The Supreme Council chamber. Oder Sicherheitssperren. Nichts. Es ist, wie es in meiner Meinung ist. Dalek-Technologie. Wunderbar. Nur, dass sie es nicht immer wieder benutzen wollten, um alle die ganze Zeit zu töten. Halt! You will be taken to the Dalek Emperor. What a stroke of luck. Just the dictator I wanted to see. Speak for yourself. You will come with us. By all means. Lead on. Lead on heißt aber vorgehen, ne? Doktor! You recognize me then? Ich sollte eine Frage stellen. Okay, das machen wir mal. Ähm, äh... Have you got the first idea of what will happen, if you carry on disrupting the time continuum? Daleks will be the masters of time and the universe! Ne, das ist schon He-Man. Okay, ähm... You have to stop. The laws of time can't be manipulated on such a massive scale. The laws of time are controlled by the Daleks. No, they're too powerful for anyone to control. You carry on ignoring them and time will fold in on itself. You will destroy the Daleks and everything else. Show me the source of your power. The Emperor Dalek does not obey orders. What use is power if there's no one to marvel at it? To quake with fear? Come on, show me. Scare me. Witness the might of the Daleks. Fear it. Okay, was machen sie? No. It can't be. What is it? The eye of time. More powerful than the heart of any TARDIS. More than the power of every TARDIS ever built. Harnessed by the Time Lord centuries ago and lost at the fall of Gallifrey. Lost? The eye is a natural phenomenon. Some say it is the heart of time and space itself, the very core of the Big Bang. The Time Lords contained it in a powerful iron field, but when Gallifrey was destroyed, it vanished into the universe. The Daleks found it! It is ours! Daleks are the new Time Lords! The Time Lords used their powers to benefit the universe, not to crush it. You were weak. Soon, throughout all time and space, there will be only Daleks! No. Your time just ran out. Uh, Amy. Run! Exterminate! Run, Evo! Exterminate! Exterminate! Mite of the Daleks, wo, 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 wo kommen wir jetzt hier hin? Ja, Lola, alles gut. Lola träumt. Er legt aber lange. Oh. Are you alright? Yes. What happened? Those temporal coordinates, remember? This is Kalan, just before the Daleks return to it with the eye of time. But it looks like it will be coming soon. Then it won't be long before the Empress send more Daleks after us through the eye. We have to be ready for them. What do we do? Set a trap. Okay. Wir sollen eine Falle vorbereiten. Ja, okay. So, was machen wir denn da, Hübsches? Wir gucken uns erstmal alles an. All set up is magnetic field generators, but there is no power. We need to improvise, okay? Wir müssen also Energie improvisieren. Was ist das hier? Warte mal, hier ist ein Fact. World Fact Electric Battery. Batteries work by converting chemical energy into electrical... Okay, das ist klar. So, aber da können wir nichts weiter machen. So, wir können hier nach oben laufen, wie es scheint. Da ist der Emperor, sein Platz, ne? Oh, nix. Not so full of himself now is he. Da drin können wir nicht hin. Da vorne ist noch ein Collectible Item. So, können wir hier... Okay, das funktioniert nicht. Der fünfte Doktor. You found a card. Können wir hier runterfallen? Nö, können wir nicht. So, ich glaube, hier oben schalten wir dann nachher was ein, wenn wir die Energie haben, ne? Unten war eine Tür. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal durch. Da kommt... Da muss wahrscheinlich irgendwie Energie... Okay. Dalekanium. Okay, was auch immer Dalekanium ist. Das hier unten scheint ja wie eine Energie zu sein, ne? Sitting in a pool of powerful asset, it can connect to the electrical charge. Wir brauchen nur eine elektrische Ladung. Wir haben Kabel. Wann mal, was können wir hier? These wires should connect the debris to the generators and with the zap of the sonic. We should have our trap set. Das wart schon. Then all we'll need is a Dalek or two. Oh, okay. Und was ist das hier hinten? Ach so. Okay, jetzt ist ja hier Energie am fließen, ne? Das heißt... Once I access this control. Okay, das ist dann so, ne? Da sitze. Okay, jetzt darf ich. I need to check out what the Daleks are up to. I have to go to the visualizer. Okay. Wir durften ja ungestört sein, ne? Wir müssten mit dem Fahrstuhl jetzt erfahren. Theoretisch. Was ist denn das da? Stop. Das ist eine Vageplantie da. Diese Vinen haben eine schreckliche Stung. Um es zu passen, müssen wir es aufzuhalten. Na toll. Ich bin durch. Ich bin durch. Oh. Okay. So, theoretisch müsste ich jetzt mit dem Fahrstuhl runter, ne? Was aber nicht geht. Okay. Okay. Aber hier kann ich runter, ne? Jawohl, ja. Was ist da eigentlich dahinten? Das ist bestimmt Collectible. Oder kein Collectible. Okay. Da ist ein Collectible. Ich habe es gesehen. Ach, der zehnte Doktor. Den habe ich auch geliebt. David Tennant. Ein sehr guter Schauspieler. Das erinnert mich gerade daran. Ich muss noch Good Omens mir angucken, ne? Da spielt er nämlich in der Terry Pratchett Serie. Here we are again. Aha. Und jetzt müssen wir uns hier wieder durchmogeln, wie es scheint. Gucken wir mal. Das soll die Trick machen. Secure Kalan. Prepare to activate the Eye of Time. The Supreme Dalek. Who else? What are we going to do? We have to release the Eye before the Daleks activate it. Then the natural timeline will be restored. The Daleks don't crash Earth and Amy Pong gets born. Ah, that's great. But how are we going to get past that lot? Well, like I wouldn't have a plan. Everything we need is in here. Uh. Think of a plan. This is linked to the Eye of Every Dalek. If I can reverse engineer it, we can interfere with their vision. We just need some parts from the production facility. Oh, I think I know what's coming. Could you pop next door and rustle me up a couple of things while I get started on this gizmo? What do you need? A cup of tea, chocky bickies. A Dalek gun and a Dalek eye stalk. I recommend looking for salvage rather than a live one. Yeah, you're so funny. Good luck. Let me open this door for you. Mhm. Okay. Wie kommen wir jetzt damit zurecht? Ha 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 ha. I didn't see me. Looks like invisibility can have its advantages. Okay. Das hält aber nicht lange an. Okay, wir warten die nächste Phase ab. Jetzt. Ich sag mal, technisch hat es ein paar Mängel. Da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Warum sind hier Daleks? Ähm. Aber es ist jetzt auch nicht so schlecht, ne? Oh Gott. So, wie weit könnt ihr gucken? Sehr weit. Sehr weit. Hi, 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 hi. So, schnell rüber. Ich glaub, da haben wir was, ne? Okay, ein Eye Stalk. Haben wir. Das Problem ist, wir müssen wahrscheinlich genauso wieder zurück. Und zur nächsten Tür dann durch. Das ist doof. Oh, bitte nicht alles nochmal. Ich habe das Ding schon gehabt. Och, ich danke dir. Da kann man hier hinten durch. Ne. Da hinten ist doch, ey. Wah. Boah. Ja. So, wo sind wir jetzt? Kann ich hier durch? Ne, natürlich nicht. Ähm. Ich glaub, da haben wir den nächsten Teil. Was wir brauchen. Danke. So. Er hat gespeichert. Das ist wunderbar. Damit können wir nämlich jetzt so versuchen, zurückzukommen. So, sichtbar. Okay. So, warten wir nochmal die Phase ab. Aber ich glaub, ich bin verkehrt, ne? Ja, ja, ich bin verkehrt. Du merkst gerade. Ruhe. Und schläft noch. Der träumt schwer. So. Ah, vorsichtig. So, schnell. So, jetzt sind wir soweit durch, ne? Genau, wir haben es geschafft. Wow. Doktor, ich habe es geschafft. Brilliant. Du hast beide gefunden. Let's get to work. Ja. Okay, jetzt müssen wir die wieder zusammenbauen. Ah. Es wird nicht einfacher. Oh. Okay, ist bloß damaged. Aber es heißt nicht, es ist kaputt, ne? Okay, eins. Zwei. Okay. There. There. This will blind the Daleks. But its range is limited. Unless I can fit it into the cradle of the old emperor, that will take out every Dalek in the chamber. Doktor, I feel so strange. Warum du? Wo muss ich jetzt hin? Ah, ich muss nach oben. Stimmt. Wups. 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 Wupsi. 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 Hätte sie das überhaupt tragen können, wenn sie verschwindet? Das hat besser gearbeitet, Doktor. Jetzt muss ich die Magnetik-Field-Generator zerstören, um die Augen zu freien. Mein Wunsch ist in Bord! Alter! Wie soll ich da hin kommen? Mein Bischof ist im Bord! Ich kann nicht sehen! Mein Bischof ist im Bord! Mein Bischof ist im Bord! Und Feuer frei! Exterminate! Exterminate! Ähm... Exterminate! Mein Bischof ist im Bord! akanar-Bord! Ich beeige mich schon, ich beeige mich schon. Ja doch, ja doch! аств recommender! O-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Was ist hier? Meine Bisham ist in bed! Amy? Doctor? Geronimo! Das ist das, was ich nennen, door zu door. Steady, steady, schau es einfach. Ich bin okay. Wir haben es gemacht. Natürlich haben wir es gemacht, guck. Das ist Kalan, als es sollte sein. Ruined. Aber wie sind wir hier? Die Eye hat uns zurückgebracht, bis wir in die Richtung kamen. Und die Erde? Mom, stop being such a square, will you? Es ist nur 10 Uhr. Ich kann nachdenken, du wissen. So, was ich bin late? Es ist nicht der Ende des Welt. Jetzt, hast du nicht etwas gesagt, um Ringo Starr zu treffen? Ja, das war ja dann wohl die erste Episode vor dem Ganzen. Das ist schön, das ist schön. Ich wusste nicht, um was es sich genau handelt bei dem Spiel. Dass es halt die vier Episoden sind, war vorher nicht ersichtlich. Das ist super. Dann haben wir die erste Episode durch. Das ist schön. Bedauerlicherweise werde ich aber an der Stelle aufhören, weil, wie gesagt, ich habe hier unten meinen Companion mit bei und der Companion muss leider raus. Dementsprechend werde ich das wahrscheinlich jetzt sukzessive so machen, dass wir das Spiel immer so weiterspielen, wenn immer die Zeit da ist. So, congratulations, you have completed the adventure. Now, why not try one of the other episodes? Alternativ, spiele eben halt einfach noch, um die Collectibles zusammen. Das heißt, wir hätten dann das nächste Mal die Cybermen, Blood of the Cybermen, später dann TARDIS und dann Shadows of the Washtar in der Radar. Die sagen mir was. Aber eigentlich auch nicht so richtig was. Gucken wir mal. Gut, deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und, ja, wie gesagt, bedauerlicherweise machen wir hier an der Stelle einen Cut. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich denke, was wird wieder so beim letzten Stündchen dauern, so eine Episode. Lass uns überraschen. Ja, bis dahin. Euer Firefox.